Und genau wegen solch alltäglichen Situationen haben wir unsere Organisation gegründet. Wir sind für euch da. Wir sorgen für ein sicheres Österreich. Schaut so lernen auf dem Nachtbuch aus. Wir werden dich vermissen. Willkommen. Und du? Was möchtest du später mal werden? Österreicher. Willkommen auf dem Steuerdeck. Unsere Rettungsfesten. Where are they? What do you mean? The refugees. Was hat die Mama dazu sagen, wenn sie wissen, dass du mit einem Moslem zusammen bist? Ich verstehe dich schon, Mohammed. Also, wie heißt du noch mal? I just wanted to help you. If you wanted to help me, then why are you touching me? Wie viel habt ihr schon, äh, gerettet? Äh, wir sind noch nicht rausgefahren. Auf alle Fälle sind wir stolz auf dich. Die ist schon geil, Leute. We have to go out there. We can't do that unless you wanna end up in jail. But we save lives. Dieser Mensch ist brandgefährlich. Der hat sich nicht unter Kontrolle. Der fügt sich nicht. Ich muss mal kurz die Wahrheit sagen. Ich mach das doch nicht für mich, sondern für alle. Höfe. Dann. aliśmy